Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Zugzwang, dem großen Schachturnier, das gestern gestartet ist. An meiner Seite Jan Gustafsson. Eigentlich bin ich an seiner Seite, er ist der Großmeister. Dankeschön, Dankeschön, so haben wir das besprochen. Jetzt geht's los, Zugzwang, Mäntel gegen Florentin. So, wir haben noch ein Bumper, Mäntel gegen Florentin. Ja, komm, ich will das einfach schnell abhacken, damit ich mit den beiden Kontrahenten heute sprechen kann. Wir hatten gestern eine Partie, ähm, Varion gegen Tobias Escher und jetzt Matteo von Bonschwa gegen Florentin, ähm, Will. Ich hab grad überlegt, von was sag ich jetzt, aber ich will mich da nicht in Teufelsküche begeben. Florentin, Mäntel, seid ihr da? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich sehr gut, hallo. Ja, ich kann dich sehr gut hören, Eddie, hallo. Wie ist die Stimmung, wie geht's euch? Ach, da sieht man euch auch. Sehr, sehr angespannt. Ich hab grad das erste, ähm, also, ich hab mich natürlich theoretisch intensiv schon mit dem Spiel Schacht beschäftigt, also auch der Geschichte und allem, aber heute hab ich mich mal wirklich ans Brett gesetzt und jetzt, glaub ich, so zehn Spiele in Folge verloren oder so. Also, es ist schon knallhart, vor allem der Zeitdruck ist echt hart. Also, ich kenn das ja eher so, ich weiß nicht, Jan kann mir da vielleicht zustimmen, so auf Großmeisterniveau, wo halt so eine Partie mal einen Tag dauert, ne? Also, das ist eigentlich eher das, was ich gewohnt bin. Aber dieses Schnellziehen, also, da glaub ich, das wird schon sehr, sehr schwierig. Aber ich versuch, ich versuch, mich zu sputen. Hentl, wie sieht's bei dir aus? Du hast grad gehört, Florentin hat zehn Spiele als Vorbereitung alleine gemacht. Also, erst mal bin ich enttäuscht von Florentin, weil er hat mir im Vorfeld gesagt, dass wir Gentleman's Like nicht trainieren. Ja, was heißt trainiert? Ich wollt mir mal das Interface angucken, wie das funktioniert, damit ich das sehe, damit ich weiß, wie ich aufklicken kann. Okay, alles klar. Ja, nee, ich hab selbst auch nicht viel gespielt. Ähm, ich hab jetzt mir da jetzt einen neuen Account gemacht und bis jetzt jedes Spiel verloren. Ich hab auch jedes Spiel verloren. Ja, gut, dann sind wir auf ... Das wird sich heute ändern. Ja, das ist korrekt. Einer von euch wird heute ein Erfolgserlebnis haben. Ähm, habt ihr gestern die Partie zwischen Varion und Tobi geguckt? Ja, hab ich gesehen. Sehr, sehr spannend, hat mir gut gefallen. Wenig verstanden, aber sehr, sehr toll kommentiert. Ich hab's ja auch nachgeholt und war überrascht, dass Varion dann gewonnen hat, weil ich hab Tobi sehr weit vorne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, das kann mir genauso passieren. Also ich glaub, ich werd heute mindestens einmal den Escher machen und bei einer vielleicht sogar okayen Partie einfach die Zeit auslaufen lassen, weil das ist echt hart, da immer ein Auge auf die Zeit zu achten. Wobei, das war ja dann im Armageddon. Da ist es dann wirklich hart. In den ersten zwei Runden, sag ich mal, ist das mit dem Zeitlimit noch nicht ganz so schlimm. Da, ihr werdet auch Zeit haben zu überlegen. Ich will euch nur ein bisschen schon mal beruhigen. Es wird sehr spannend. Man kann euch natürlich jetzt noch gar nicht so richtig einschätzen, aber ich hab's schon zum Jan eben gesagt im Vorfeld. Also ihr seid für mich auf einem anderen kompetitiven Level als die gestern. Warum denn? Warum sagen das alle? Das ist das Schlimmste, dass alle mal sagen so, nee, von denen erwarte ich mir wirklich einiges. Warum? Ja, weil du einfach ein, weil, nee, ja komm, weil du ein ehrgeiziges Arschloch bist, Florian. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Jeder, der schon mal irgendwie Magic oder Warcraft spielen sehen hat, der weiß einfach, dass du da immer unbedingt gewinnen willst. Matteo hat einen E-Sports-Background. Also das ist schon was anderes als ein Flo und Tobi, die sich gestern die ganze Zeit selber gelobt haben, wenn sie Mist gebaut haben. Nee, das wird nicht stattfinden auf jeden Fall. Also das stimmt schon, ich will auch gewinnen. Und jetzt auch Matteo noch mal direkt zu sehen, hilft mir da auf jeden Fall. Also dieses Gesicht wirkt motivierend auf mich. Von daher bin ich da auf jeden Fall gewillt zu siegen. Das heißt aber nichts erst mal. Okay. Aber mal gucken. Gut, dann haben wir jetzt genug vorgeplänkelt. Die Ränge sind gefüllt, die Leute sind heiß. Jan, du bist auch heiß. Was erhoffst du dir von dieser Partie? Ich erhoffe mir erst mal gar nichts. Ich glaube, es ist auch sehr unfair für die beiden, dass wir um 12 Uhr schon anfangen. Auf Großmeisterniveau, wie Florentin sagt. Wir bestehen immer drauf, 15 Uhr Anfangszeit. Da man ein bisschen ausschlafen kann. Also um die Zeit, ich befürchte, das Schlimmste. Das soll keine Ausrede sein, aber ich hab drei Stunden geschlafen und bin um 6 Uhr in der Zeit. Ich sag noch. Ja, das ist aber dann auch einfach Versäumnis deinerseits, Matteo. Da muss man sagen, das ist nicht professionell. Ja, ich hab aber noch gestreamt bis zwei. Ja, aber dann mach's wie wir. 18 Uhr Feierabend funktioniert auch. Also, jetzt geht's los mit Zugzwang. Erstes Match. Uh, auch hier. Farbenfrohe Kopfhörer. Und Matteo mit erstens E4. Der Lieblingszug vieler Schachweltmeister. Ist auch mein Lieblingseröffnungszug, tatsächlich. Er gibt mir einfach viele Möglichkeiten in der Eröffnung. Und auch persönlich. E4 hilft dir auch menschlich weitermachen. Menschlich ein toller Zug, finde ich. Es ist interessant hier erst mal von Matteo. Erstens mal beide sehr schnell, finde ich, verhältnismäßig. Ähm, als ob sie sich ganz konkret schon überlegt haben, wie sie das Spiel eröffnen wollen im Vorfeld. Und jetzt hier, Matteo, direkt die Springer schon mal raus, in Position gebracht. Ja, spielen beide bisher gut. Die Springer werden rausgebracht, haben wir schon gelernt. Die Springer sollen schon raus. Werden ums Zentrum gekämpft. Es gilt im Schach ja darum, die Mitte zu besetzen. Und das macht Matteo hier bisher lehrbuchartig. Florentin auch clever, wer es im Bauern auf E5 verteidigt gegen diesen Springerangriff. Jetzt muss er schon wieder überlegen, ne? Dieser Bau auf D4, ob er den schlagen will. Was wird's zumachen? Na ja, gut, er ist ja auch geschützt. Er hat ihn geschlagen, wird jetzt wahrscheinlich der Springer, ja, guck mal, das sind richtige Profis hier. Man kann gar nicht so schnell kommentieren, wie die spielen. Jetzt ist es schon eingetreten, dieses Setting. Was hat sich dadurch verändert? Wir sehen jetzt natürlich, dass das Zentrum auch um den König jetzt relativ ungeschützt ist bei Matteo. Ist das ein Nachteil? Ähm, nö, das ist okay. Er hat ja den Raumvorteil. Er hat den Bauern hier in der Mitte platziert. Florentins Bauer, der steht ein bisschen weiter hinten. Also er hat das Zentrum erst mal ganz gut besetzt. Das heißt, leichter Vorteil für Weiß hier. Florentin hat relativ plump versucht, die gegnerische Dame sich zu schnappen, indem er den Läufer hier hingesetzt hat. Die Dame angegriffen. Aber Matteo hat das eiskalt durchkreuzt. Bauer dazwischen gestellt. Und jetzt sehr aggressiv. Geht mit seinem Gehbauern vor. Greift diesen Läufer an. Also man sieht schon, das ist ein ganz anderer Schnack hier heute. Ist aber alles bislang noch, würde ich sagen, im Standardbereich. Also das ist eine Eröffnung, die man schon sehr häufig auch gesehen hat. Also diesen Läufer, der dann noch mal zurückzieht und dann noch mal vom Bauern bedroht wird. Ist aber doch jetzt auch ein bisschen verschenkt. Jetzt muss er dreimal hintereinander, hat er jetzt den Läufer da bedient. Ist nicht optimal, oder? Nee, das war ein zeitraubendes Manöver. Also die Anfangseröffnung nannte sich die sogenannte Philidor-Variante. Das war ein alter Mann, der irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob er alt war, aber um 1800 rum, ich hab keine Ahnung von Schachgeschichte, sich das ausgedacht hat. Und er hatte auch die Kernthese, die Bauern sind die Seele des Spiels. Ich dachte immer König, aber Philidor war hier sehr auf Bauernseite. Und Matteo auch geht mit seinem Gehbauern gleich vor, greift diesen Sprenger hier an. Und vielleicht hat er gestern sich das angeguckt, wo wir so ein ähnliches Thema ein bisschen diskutiert haben, hier bei Varian, der ja auch bei dem Gehbauern gleich vor ist. Der hat ja generell seinen Springer gestern einmal komplett eine Weltreise machen lassen, so ungefähr auf dem Schachbett. Der hat jetzt hier zwei Möglichkeiten, also natürlich mehr Möglichkeiten, aber er könnte jetzt den Springer auf D7 zurückziehen. Oh, 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 oh. Das ist natürlich ein großes Geschick, so wie ich das sehe. Der Springer begibt sich in die Mitte, kann da aber eliminiert werden von Matteos Bauern. Und das geschieht auch. Das hab ich damit nicht gegangen. Ich hab grad noch gesagt, er kann auf D7 gehen, er hätte auf H5, äh, nee, da hätte er auch nicht. D7 wäre wahrscheinlich der schlauste Zug gewesen. Ja, er hätte sich zurückziehen sollen mit dem Springer. Stattdessen ... Na, G4 wär auch nicht gegangen, er hätte sich zurückziehen müssen, ja. Aber so hat er ihn direkt hergeschenkt. Das war ein großer Fehler. Klar, aber ich hab schon das Gefühl, dass Matteo hier ein bisschen tief gestapelt hat und schon ein bisschen mehr Schacherfahrung hat, als er das vielleicht hat durchklingen lassen. Matteo hat das drauf. Ich hab jetzt hier den Computerbalken angeschmissen, um mal zu sehen, was der Computer so meint zur Lage. Und der sagt schon, Weiß hat entscheidenden Vorteil, weil er sich diesen Sprenger geschnappt hat. Aber jetzt nach Bauer, nach C5, hier Frage an dich als Schachexperten. Könnte Weiß diesen Bauern jetzt schlagen? Weiß? Ja. Ich mach hier noch mal Recap. Bauer ging nach C5 und C7. Aber welche Figur soll ihn denn schlagen? Das ist die große Frage. Äh ... Du meinst jetzt mit einem Zug? Ja. Also ich ... Jetzt, ehrlich gesagt, keinen. Das ist eine Schachsonderregel, die nennt sich en passant. Wenn dieser Bauer hier von der Grundreihe 2 vorzieht und dann neben einem meiner Bauern landet, dann kann ich ihn tatsächlich wegnehmen. Er hat's nicht gemacht, ich mach's nur aus Demonstrationszwecken, aber ich kann's so tun, als sei er nur auf die sechste Reihe. Wie bitte? Ja, ja, ja. Das ist die en passant-Regel. Also wichtig, wichtig zu wissen. Wenn ich einen Bauern so rausziehe, dass er neben einem weißen Bauern steht, dann darf ich ihn so tun, als ob er ... Er denkt sich denn, das ist ja ein bisschen willkürlich. Wahrscheinlich auch hier, Herr Philidor, das klingt ja schon so französisch, en passant. Aber ist tatsächlich, so hab ich mir nicht ausgedacht, den Bauern darf man schlagen, aber nur im nächsten Zug. Also wenn er jetzt gerade hier angekommen wär, könnte man ... Wow, das hab ich ... Also, en passant hab ich schon mal gehört, aber irgendwie nicht so richtig gewusst, was es ist. Interessant, da wär ich jetzt nie ... Aber anhand deiner Fragestellung hätt ich natürlich drauf kommen müssen. Aber das ... Hätt ich jetzt nicht gewusst. Also für alle da draußen, das sieht häufig verwendet aus, dieses en passant ist aber tatsächlich ein legaler Schachzug. Und hier, Matteo macht weiter Druck, er hat Läufer B5 Schach gegeben. Und Florentin hat den Springer dazwischen geworfen hier, in die Bresche. Hat jetzt aber das Problem, jetzt braucht man gar keine en passant-Sonderregeln hier mehr, um diesen Springer wegzuhauen. Matteo macht's mit dem Läufer. Was? Ich hätt's vielleicht eher mit dem Springer oder Bauer geschlagen. Aber auch so bleibt weiß in der Vorhand. Aber warum hat er denn jetzt seinen Läufer geopfert? Der hätte er nicht machen müssen, er hat den Läufer gegen den Springer getauscht. Er steht immer noch besser. Er hat jetzt ein Springer mehr und ein Bauer mehr. Also er hat zwei Springer gegen diese beiden Läufer. Er macht enormen Druck auf die florenschinische Stellung und die florenschinische Dame. Ich hab hier einen Scherz vorbereitet. Etienne Gardet. Ja. Also, ich bin jetzt ein bisschen geschockt, dass ich dieses en passant nicht kannte. Was sagt das? Deshalb hab ich den nächsten Fachbegriff hier. Gardet kennst du, ne? Gardet kenn ich ja, wenn die Dame droht. Gardet ist, wenn man die Dame angreift. Das hab ich natürlich auch aufgrund meines Namens relativ früh schon gewusst, ja. Gucken wir mal, Florentin das auch kennt. Ich trau mir jetzt nicht zu sagen, Florentin will nicht die Dame verlieren oder so, weil so zu viele Namenswitze, weiß sie. Ja, es ist auch immer schwer, äh, Leute noch einen Gag beizubringen, den sie noch nie gehört haben über ihren eigenen Namen. Jeder, der durch Kindergarten und Grundschule ist, hat wahrscheinlich schon das ganze Repertoire gehört. Dame E2-Schach, auch gemein. Dieser Springer nimmt dem König nämlich das Feld, auf das er gerne weglaufen würde. Das heißt, Florentin muss jetzt wieder was dazwischenziehen. Am besten den Läufer, der dann abgetauscht werden könnte. Nein, jetzt kann er ja nicht roschieren, weil er im Schach ist. Genau, einerseits ist er im Schach, andererseits kontrolliert der Springer auch dieses Feld. Du darfst nicht über Felder, die von gegnerischen Figuren kontrolliert werden, rüberspringen, sozusagen bei der Rochade. Also, wir haben Matteo unterschätzt, ne? Oder vielleicht überschätzt, oder beides eigentlich? Ja, beides natürlich. Aber ich und er überschätzt Florentin eigentlich nicht. Ich weiß, dass er nichts kann. Insofern ... Er ist einfach nur ein dreckiger Diss. Aber Matteo macht ganz schön Druck. Jetzt hier die Rochade, Rochade, auf beiden Seiten. Sag mal, ich frag das immer Rochade, oder sagst du Rochade? Ich sag Rochade, aber ich kenn auch viele Menschen, die Rochade sagen. Schade, Schade, Popade. Jetzt haben wir zwei davon übrigens gerade gesehen. Eine große und eine kleine. Mhm. Beide Könige bringen sich in Sicherheit hier bei Florentin allerdings auf Kosten dieses Läufers wieder. Der ist zweimal attackiert hier von dem Springer und von der Dame. Der kann einfach weggehauen werden. Mhm. Dann wär er schon ganz schön im Hintertreffen, was die Figuren angeht. Auch interessant zu sehen an der Zeit, wie wenig Zeit nur Matteo benutzt hat überhaupt. Geht das mit rechten Dingen zu? Der hat ja mehr Zeit, als die, mit der er angefangen hat. Die fangen mit zehn Minuten an, kriegen zehn Sekunden Zeitgutschrift. Das ist schon ein bisschen ... Was ist ... Hat der da einen Schachcomputer an, oder was? Noch gar nicht. Weiß nicht, ne? Auch dieses Tiefstapel mit nur drei Stunden geschlafen. Ja, 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 das ist mir alles ein bisschen suspekt. Oh, 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 Florentin. Dame nach F5 stellt sich in eine sogenannte Springergabel. Nächster Fachbegriff für dich. Siehst du, wie du hier eine Springergabel anbringen könntest? Springergabel heißt der Springer ... Na gut, also wenn er jetzt auf E7 ... Mhm. Genau. Springer auf E7. Zack. Und das Gemeine wär, es wär gleichzeitig Schach und Gardé. Also musst du dich von einem der beiden trennen. Kann ja dann nur die Dame sein. Und so geschah es. Sprenger schlicht E7 von Matteo. Macht Florentin einfach fertig. Mhm. Das ist schon eine kleine Machtdemonstration hier. Muss man ganz ehrlich sagen. Es ist mir ein Stück weit zu souverän. Es ist ... Zu leid, ne? Es ist ... Ich weiß nicht, ob wir Florentin wirklich überschätzt haben, weil man ihm einfach zutraut, sich in alles immer so reinzufuchsen. Oder ob ... Ähm ... Matteo doch mehr Schacherfahrung hat, als er uns verraten hat. Oder beides. Sieht er überhaupt selber? Ich sehe überhaupt keine Regung bei Matteo. Nur eine Fratze der Konzentration, ne? Also, wenn er jetzt nicht wirklich einen komplett blöden Fehler macht, ist diese Partie mehr oder weniger schon gelaufen. Hudab auf jeden Fall. Dame nach A6. Völlig vernünftig. Entzieht sich dem Angriff des schwarzen Turms. Kann mir den Bauern an. Und das kann im Prinzip in aller Ruhe jetzt so eine Figur nach der anderen vom Feld nehmen. Florentin kann da mit seinen zwei Türmen, wo von einer mehr oder weniger gebunden ist, um den König auch zu decken, kann er gar nicht viel machen. Was kannst du mir erzählen über Matteo? Ich bin natürlich ja Florentin-Student. Matteo hab ich noch nicht so verfolgt. Ist das so ein Gaming-Channel, Bonschwa, oder was? Ja, Bonschwa ist ursprünglich angetreten als E-Sport-Channel im StarCraft-Bereich. Also schon auch in diesem Strategiespielsektor. Da kann man schon sicherlich von einer gewissen Affinität reden. Das muss man natürlich ganz klar sagen, dass Mendel mit großer Wahrscheinlichkeit der untalentierteste StarCraft-Spieler ist, den es gibt. Aber er ist immer mit Herz und Leidenschaft dabei und ist auf jeden Fall jemand, der sich gerne auch in Sachen reinfuchst, und, ähm, also ich seh da schon ein gewisses Interesse. Aber du würdest eher sagen, er kommt eher so über den Ehrgeiz als über die Begabung. Auf jeden Fall, ja. Der Wille ist da, aber das Können nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen ... Aber hier im Schach muss man ja sagen, das ist bisher ... Ein absolutes Statement, was er abliefert. Ja, und man muss vielleicht auch sagen, dass hier vielleicht einfach auch ein Talent gerade entdeckt wird. Also, es ist ja auch oft so, dass, ähm, dass gewisse Talente werden nie entdeckt, weil gewisse Tätigkeiten nie ausgeübt werden. Aber Matteo scheint hier jetzt etwas vielleicht auch an sich zu entdecken. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er zu Hause auch ein bisschen an sich selber rumfummelt, einfach um noch mal selber auf die Suche zu gehen, nach mir selbst. Ja, ja, die eine Hand sieht man ja auch nicht. Ja, die eine Hand sieht man nicht. Ich glaube, da ist viel Selbsterkenntnis jetzt auch im Spiel. Also, Sprayer schlägt D6, kam Läufer schlägt D1. Der eine weiße Turm wurde weggehauen. Aber jetzt hier auch herrlich-mäßig die zwei Türme verschwunden. Turm schlägt E8 und jetzt kann er auch noch diesen Läufer schlagen. Also, es ist schon deutlich, ne? Ja. Er hat eine Dame, einen Turm, einen Läufer und einen Sprenger gegen den einsamen, schwarzen Turm. Eiskugelmäßig. Neun Punkte Dame, drei Punkte Sprenger, drei Punkte Läufer. Also, insgesamt so geschätzt. Überbrücken wir ein bisschen die Zeit, um 9 plus 3 plus 3 zu rechnen. 15 Punkte vor, der Matteo. Das kannst du mich das nächste Mal auch fragen, weil ich hab eine Taschenrechner-App. Achso, hast du eine App, oder? Ja, ich hab eine App, die kann das ausrechnen. Sehr gut. Diese moderne Technik. Text als Instruments. Ja, bin ich auch noch. So, im Prinzip könnte sich auch Matteo versuchen, noch eine Dame zu holen. Ich meine, er hätte da nicht wirklich viel Chancen, aber eigentlich brauchen sie nicht. Eigentlich braucht er sie nicht, aber ... Ja. Ich glaube, ich würde eher versuchen, Druck da auf die Bauern da rechts irgendwie auszuüben jetzt. Auf die hier gleich, auf Mattangriff so. Ja. Ich würde auch primitiv hier erstmal den vor. Stimmt. Im schlimmsten Fall tausche ich den gegen den schwarzen Turm. Und dann ist eh Feierabend. Wenn der König alleine steht, ist eh nicht mehr viel zu holen. King Koma meint, ich glaube, Florentin ist jetzt schon gebrochen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Kämpfer-Natur, der bei so Rückschlägen erst richtig, richtig loslegt. Ja, es ist interessant, weil bei Florentin habe ich das Gefühl, er ist jemand, der wie so ein Schwamm ganz viel aufsaugt. Also auch jetzt, wo er vermutlich weiß, dass er diese Partie verloren hat, ähm, er wird ganz viele, äh, Learnings, wie man so schön in Neudeutsch sagt, mitnehmen. Und dann kann das eine ganz andere zweite Partie werden. Ich würde nur nicht sagen, dass die zweite Partie automatisch schon entschieden ist. Wobei, man muss ja ehrlich sagen, die erste Partie war bisher ein Klassenunterschied. Ja. Andererseits mit Weiß, Matteo hat er natürlich auch von Anfang an Druck gemacht. Nächste Partie hat Florentin Weiß. Und wir haben gestern schon gesehen, hier das überraschende Comeback, dass da sich das Blatt doch nochmal wenden kann. Wie ist es, ich hab über dich gehört, die Leute sagen, sie sehen dir gern beim Leiden zu, wenn du irgendwie spielst. Ist das vielleicht bei Florentin auch so, dass die Leute auch gerne sehen, wenn er nicht so gut steht? Oder würdest du die Kernthese schon verneuern? Ja, also Florentin ist, ähm, auch wie ich, durchaus ein emotionaler Spieler. Und das hat natürlich oft auch einen Entertainment-Faktor. Aber bei Florentin ist es auch wie bei mir, dass es auch wirklich uns wehtut. Also es gibt so Leute, die wirklich, ähm, wenn sie verlieren, dann immer den Spaß in den Vordergrund stellen können. Das ist, ähm, bei mir nicht so. Ich, ähm, bin einfach, also es ist wirklich, ich hab das auch schon ganz oft gesagt, wenn ich verliere, ich krieg richtig Atemnot. Das ist, ähm, es ist ein unfassbar ekliges Gefühl, macht was mich total aggressiv und sauer macht. Vor allen Dingen auf mich selbst. Also der Selbsthass ist dann im Anschlag. Und Schach ist ja ähnlich wie auch beim Tennis oder so. Es ist so ein ... Du kannst es auf niemanden schieben. Bei Counter-Strike oder so kannst du immer sagen, ja, die Knarre hat nicht richtig der Mitspieler oder so. Aber gerade bei diesen Einzelsportarten, da bist einfach 100 Prozent du schuld. Die ganze Menschheit gefühlt sieht es, dein Versagen. Und da möchte ich mich am liebsten einfach nur noch eingraben und versuch dann, glaub ich, mit purem Hass und Emotion abzulenken vom eigenen Nichtversagen. Robertin gibt sich geschlagen hier, nachdem Matteo sich die zweite Dame schon geholt hat. Und sagt Gigi. Und keine Figuren mehr übrig waren. Also, dominante Vorstellung von Matteo. Wow. Gigi, ist hier gespielt? Das hören wir selten beim Schach. Gigi, ähm, good game. Und jetzt wollen wir doch mal hören, was die beiden Spieler dazu zu sagen haben. Denn das, muss man ganz ehrlich sagen, war eine Machtdemonstration von Matteo. Ähm, Mäntl, was ist da los? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Florentin hat mir eigentlich in die Karten gespielt. Also, er hat's mir so ein bisschen überlassen am Anfang, Druck zu machen. Und dann hab ich einfach die ganze Zeit den Druck aufrechterhalten und ihn dann nicht mehr abkommen lassen. Ja, sehr beeindruckend. Ich mein, dieser Anfang mit dem Läufer war natürlich katastrophal, wo er mich durch die Gegend gejagt hat. Ich bin da leider nicht souverän oder erfahren genug, um zu wissen, wie man sowas abschüttelt. Und dann hat er mich dann gekriegt. Oder Springer war's, glaub ich. Ähm, sehr gut. Aber echt sehr souveräne Züge. Auch diese Dame am Ende, die wirklich alle Linien erwischt hat. Also, echt sehr gute Züge dabei. Respekt. Krass. Aber ich find's schon mal gut, dass wir zumindest mal die Erwartungshaltung gesetzt haben mit diesem Spiel. Ich find's aber interessant. Also, ich mein, zumindest wenn man jetzt mal nur eure, ähm, was ihr so im Vorfeld gesagt habt, dann hat sich ja doch jetzt ein anderes Bild ergeben. Von wegen, ich hab kaum geschlafen. Und, äh, ich hab seit zwei Wochen nichts gegessen. Und, äh, all diese Geschichten. Und was ist überhaupt Schach? Ich weiß nicht mal, wie man das schreibt. Ist das das mit dem künstlichen Spielgeld? Also, da scheint doch irgendwie nicht alles gestimmt zu haben, Matteo. Du hast, äh, das sieht man einfach, äh, du, das, was, deine Züge, die du gemacht hast, die zeugten von gewisser Kompetenz. Also, ich würde da mal das zweite Spiel abwarten, bevor du mich da komplett, äh, in den Himmel lobst. Weil, ähm, wie gesagt, da waren ein paar Züge dabei von mir selbst, wo ich dachte so, oh, das war aber ein guter Zug von mir. Wo ich vorher aber nicht drüber nachgedacht hatte, dass er wirklich so geil ist. Also, ähm, ich hab auf jeden Fall ein bisschen Schach gespielt. Da war ja der Schach-Hype vor so zwei, drei Wochen oder länger ging der los. Und da hab ich ein bisschen Schach gespielt. Aber davor halt wirklich gar nicht. Und das erste Mal, also, ich glaub, so mit zwölf oder so gegen meinen Vater. Und dann hab ich einfach zehn oder 15 Jahre nie wieder Schach angefasst. Florentin, du warst in der Schach-AG. Ist das richtig? Ich war zwei Wochen lang im Schach-Club bei uns in der Schule. Äh, da war aber der, ähm, ein Junge dabei, der in Wetten, dass war und die Kinderwette, eine Schachwette gemacht hat. Und es war mir, der hat mir zu sehr von mir selber abgelenkt. Und deswegen bin ich da relativ schnell gegangen. Hätte ich vielleicht mal anders machen sollen. Und, ähm, vielleicht hätt ich dann mehr über Schach gelernt. Du warst aber schon immer irgendwie auf der Fährte der Coolen in der Schule, ne? Auf jeden Fall. Ja. Der war im Fernsehen. Das war, der war, die Kinderwette, ich weiß nicht, ähm, der hat gewettet. Ist ja, ist egal. Aber der hat eine Schachwette im Fernsehen gemacht, äh, bei Stefan Raab. Bei Wetten, dass Stefan Raab war zu Gast. Also, das war ein absoluter Held für mich. Okay. Der war Schach-cool. Da dachte ich, wow, mit Schach kommt man ins Fernsehen. Dann sehen wir mal, ob du was noch davon, äh, mitnehmen konntest. Ob das wirklich reines Glück war, was Matteo da jetzt hier gezaubert hat. Oder ob da wirklich sich vielleicht auch ein verborgenes Talent, ähm, gerade, ähm, präsentiert. Das sehen wir gleich. Wir machen mal ganz kurz Werbung. Und dann geht's hier in die zweite Partie. Dann Florentin in weiß und Matteo in schwarz. Gleich geht's los. Zugzwang, Großmeister Jan Gustafsson, Kleingärtner Etienne Gardet und die zwei Kontrahenten Florentin Will und Matteo Mäntel, wollte ich jetzt sagen. Ähm, Matteo Mäntel, ähm, spielen jetzt die zweite Runde in diesem spannenden Schachturnier. Bevor wir in die zweite Partie starten, vielleicht nochmal ganz kurz den Turnierbaum, liebe Regie. Den haben wir noch gar nicht gezeigt, damit ihr seht, hier geht's nämlich auch um was. Also, wir haben gestern bereits das erste Viertelfinale gesehen, Varion gegen Tobi Escher. Das ging mit 2-1 aus. In einem spektakulären Armageddon konnte sich, ähm, Varion dann durchsetzen. Ist bereits jetzt schon im Halbfinale, trifft dort auf den Gewinner der Partie. Antje gegen mich, was am 11.8. gespielt wird. Jetzt befinden wir uns in, ähm, dem zweiten Viertelfinale. Matteo gegen Florentin. Und der Gewinner trifft auf Maxim gegen Sofia. So, jetzt haben wir genug gequatscht und, ähm, sind gespannt, ob Matteo diese Leistung nochmal bestätigen kann. Ja, Florentin jetzt unter Siegzwang. Aber mit den weißen Steinen eben ist er ja mit schwarz schnell in die Defensive geraten. Jetzt fängt er an. Wir gucken aber, ob das Ruder noch rumreißen kann. Äh, Jan, was sagt man denn vor so einem Spiel? Also, gibt's da so ein gut Schach oder irgendwie sowas? Gut, Holz oder so? Gut, nee, eigentlich sagt man gar nix. Man macht einen möglichst laschen Händedruck, bei dem man sozial scheu dem Gegner nicht in die Augen guckt. Also, machen wir das. Alles klar, gut, dann möchte ich dir dieses anbieten, ja. Alles klar, alles geht. Okay, dann GLHF, ne? Ja. Ja, GLHF. Und es geht los. Florentin Will greift ebenfalls zu E4, E5, auch meine Lieblingseröffnung. Beide Seiten scheinen sich da gut eingegroovt zu haben. Zieh jetzt den Sprenger nach C3. Ist nicht ganz so aggressiv. Etienne, dir würde ich raten, gleich den Sprenger nach F3 zu stellen in so einer Situation, um Druck auf diesen Baum zu machen. Ja. Aber auch so, keine Fehler, beide Seiten bringen die Kavallerie raus. Ich spiel generell ohne Sprenger. Weil als Veganer find ich's nicht gut, dass man Tiere zu Spielzwecken benutzt. Das find ich vernünftig. Wie stehst du zu Damen zu Spielzwecken? Absolut. Ich versuch immer, möglichst viele Damen zu kriegen bei einer Schachpartie. Ja. Das hier nennt sich das sogenannte Vierspringer-Spiel. Das muss für dich dein absoluter Graus sein. Furchtbar. Ich hab Peter schon alarmiert. Also in der Mitte zum Fraß vorgeworfen werden sozusagen. Jetzt muss Florentin sich entscheiden. Aber hier, den Baum vorzieht, ist ein typischer Zug. Das nennt sich das schottische Vierspringer-Spiel. Den Läufer rauszieht, würde sich das spanische Vierspringer-Spiel nennen. Ja. Also, hab ich mir nicht ausgedacht, die Namen. Wieso gibt es eigentlich so viele Länderbezeichnungen immer für irgendwelche ... Also, es gibt die französische Verteidigung, die griechische Eröffnung, den russischen Salat. Es ist alles immer irgendwie so ... Berlinermauer. Ja. Alles irgendwie so national eingefährt. Hat wirklich jemand dann, weil irgendein Franzose zum ersten Mal den Bauern so gespielt hat, oder was? Ich glaub, es hat sich noch nix so durchgesetzt, dass du's jetzt wirklich auch mal die Welteröffnung nennen kannst einfach. Also nicht dieses nationale Colorid. Da vielleicht warten wir noch, ob das eine Size noch gerne wird. Läuft man nach D6. Überdeckt den Bauern. Bereitet die Rochade vor. Hat also viel Gutes, hat auch Nachteile, dieser Zug. Er versperrt sich damit nämlich die Möglichkeit, hier diese Jungs rauszukriegen. Denn dazu müsste man erst noch diesen Bauern ziehen. Der Läufer nach D6 wäre so die erste Abweichung von meinem mentalen Theoriebuch, in dem man hier schlagen würde auf D4. Scheint auch Florentin überrascht zu haben, dieser Läuferzug, der sich jetzt Zeit nimmt. Es ist immer diese Phase nach den ersten drei, vier Eröffnungszügen, wo gerade Anfänger, ich kenn das auch von mir, wo man überlegt, so was, jetzt hab ich hier die Leichtfiguren sozusagen rausgebracht, aber was jetzt? Wie initiier ich jetzt eine Strategie? Wie bring ich jetzt, ähm, etwas nach vorne, ohne einen Fehler zu machen und schon eine gewisse, ähm, den Gegner schon gewisse Vorteile zu bringen? Ja. Und dann ist halt auch mal so die Regeln gelernt, Figuren rausziehen, Rochieren und so weiter. Aber es gibt auch viele Details. Hier zum Beispiel bei der Läufer nach D3 gestellt. Das hat einen Nachteil, dass jetzt dieser Bauer ungeschützt ist, weil er sich die Dame verstellt hat. Das heißt, Schwarz könnte diesen Bauern jetzt schlagen mit dem Bauern oder mit dem Springer. Also, der Teufel liegt im Detail, sagt man so? Ja, ja, ja. Beide Seiten haben jetzt rochiert, Entwicklung vollendet, Florentin hat das Problem, wenn Matteo hier diesen Bauern rausschlägt, dass er sich dann nicht, ja, wieder bedienen kann. Macht Matteo aber nicht, spielt Bauern nach A6, möchte vielleicht verhindern, dass der Sprenger hier ankommt, aber grundsätzlich ist es jetzt nicht Priorität Nummer eins, hier die Handbauern zu ziehen. Florentin, also Florentin mit allen Chancen, könnt ihr jetzt auf E5 schlagen, hier in der Mitte, könnt ihr den Bauern vorziehen, Platz gewinnen, seinen Augenläufer rausziehen. Gute Stellung für Weiß. Ja, also da er immer noch in Gefahr ist, den Bauern zu verlieren, vielleicht auch einfach, was hältst du von D4 auf D5? Ja, auch absolut vernünftig, greift Raum, greift diesen Springer an. Oh, Fabian hat mir verboten, hier zu viel mit den Figuren rumzuhantieren, wenn die Spiele das nicht gemacht haben. Meist feilmäßig, Bauern nach D5. Ich würde eher, glaube ich, meinen Läufer erst mal rausziehen, den hier fesseln oder vielleicht sogar diesen Bauern schlagen. Einige Möglichkeiten. Aber, also C1 nach G5 und wenn er dann direkt den Bauern nach vorne sagt, dann musst du ihn ja auch dann direkt wieder zurückholen. Also du kannst ja gar nicht lange da die Bedrohung aufrechterhalten. Gut, du könntest dann wieder auf H4 wechseln. Genau, man möchte häufig so eine Konstruktion, haben sie nicht gemacht, aber diese Fesselung halt haben, dass der Springer nicht weggehen kann, ohne dass dann die Dame weggehauen wird. Da wird das ein guter Zug, aber schon relativ konkret. Die Jungs spielen hier erstmal am Darmflügelbüchen Bauern abtasten, Bauern nach A3, Bauern nach B5. Alles noch im Rahmen. Also wir sehen schon im Vergleich zur letzten Partie, wo es ja schnell viel Material weg war bei Florentin. Diesmal haben beide Seiten noch ihre gesamte Armada, ne? Zur Erklärung, der grüne Pfeil, den ihr auf dem Feld seht, das ist nicht von Jan, sondern das macht das Spiel automatisch. Das ist der letzte Zug, der getätigt wurde, damit ihr seht, was als letzter Zug gemacht wurde. Also in dem Fall jetzt, okay, der Läufer von C8 auf B7. Muss ich Matteo auch mal loben hier, er hat nämlich das Problem erkannt gehabt, dass er diesen Läufer nicht ins Spiel kriegt, weil er den sich verstellt hat, hat nach einer Lösung gesucht, wie er ihn rauskriegt und hat dafür diese Bauern vorgezogen, Bauern A6, Bauern nach B5, jetzt ein Feld für diesen Läufer geschaffen. Also das war durchdacht. Nicht wie es in den Lehrbüchern steht, aber man sieht, er hat sich was überlegt, hat das Problem erkannt und gelöst. Da ist doch viel mehr Schachtalent, als wir unterstellt hatten. Jetzt macht Argentin diesen Zug, wird vermutlich jetzt den Läufer aufs Spiel bringen, genau. Ja, er schlägt den Bauern. Aber er hätte ihn ja so oder so vermutlich verloren, jetzt aber opfert er sein Pferd. Nee, das ist alles okay, die tauschen sich im Prinzip, hat jetzt den Springer getauscht gegen den Läufer und die sind beide ungefähr gleich viel wert. Wir sehen, jetzt bleiben wir jetzt übrig, hier ein weißer Läufer gegen einen schwarzen Sprenger, diesen beiden ungefähr drei Eiskugeln wird, also alles noch okay. Florentin, bisschen in der Vorhand, greift hier jetzt diesen Sprenger an, bisher absolut vernünftige Partie. Auf jeden Fall deutlich ausgeglichener als die erste Partie, so viel kann man schon sagen, weil aber auch noch keiner einen wirklich schlimmen Fehler gemacht hat. Was wir eben in der ersten Partie gesehen haben, es kann sich dann eben durch einen so Fehler, die Kräfteverhältnisse relativ schnell verschieben, insofern momentan noch sehr ausgeglichen. Ein Abtasten auf allerhöchstem Niveau, was hier stattfindet. Sprenger nach C4, auch ein vernünftiger Zug, der Sprenger zieht nicht zurück, sondern besetzt diesen Vorposten, bietet jetzt Florentin an. Ob Florentin diesen Läufer tauschen möchte gegen den Matthäuschen Sprenger. Aber alternativ könnte er versuchen, hier weiter Raum im Zentrum zu nehmen, mit Bauer nach E5 oder so. Macht er auch. Florentin brauchte die eine Partie hier, um warm zu werden. Jetzt hat er sich eingegroovt, ne? Vielleicht hat er Matteo auch unterschätzt. Vielleicht hat er sich da einlullen lassen von den Worten von Matteo. Ich meine, wir haben ihn alle unterschätzt, muss man sagen. Also warum nicht auf Florentin? Ist jetzt vielleicht mit einer anderen Konzentration und hat vielleicht auch gedacht so, naja, also ich kann hier doch nicht einfach irgendeinen Zug machen. Er wird das dann schon offenlegen. Ich muss wirklich mein bestes Schach spielen. Ja, das ist beeindruckend. Wer davon null auf jetzt über 100 konzentrationstechnisch tatsächlich gehen will, da sieht man ja wirklich nur ein trockenes Starn auf das Schachbrett bei Florentin. Habe ich selten gesehen. Jemand so im Tunnel. Was hältst du von? Wer nach D5? D1? F3? Kann man machen. Macht die Lage komplizierter. Könnte dieser Springer geschlagen werden und du möchtest dann den Läufer rausschlagen. Ist in Ordnung. Ich würde jetzt zu einer anderen Maßnahme greifen. Und zwar würde ich hier schlagen. Er würde zurückschlagen normalerweise mit seinem Läufer. Und dann würde ich meinen Läufer aus dem Weg ziehen. Mit Läufer schlägt H7 Schach. Bedroht den König. Der müsste sich da bedienen. Und durch das Opfer des Läufers hätte ich den Blick der Dame auf dieses Feld D5 freigesetzt. Am Ende dieser Operation hätte ich einen Bauern gewonnen. Gleich ein bisschen zu kompliziert. Aber das sind so die Feinheiten, die einen will. Okay, das waren mir ungefähr fünf Züge zu weit im Voraus. Flontien macht es nicht. Er spielt auch einen normalen Zugläufer nach D2. Er verteidigt seinen Springer hier gegen den Angriff des schwarzen Sprengers. Aber im Zweifelsfall, wenn man selber den Springer abtauschen kann, dann muss man ihn nicht unbedingt verteidigen. Wollte hier das Heft des Handels in die Luft. In die Luft schmeißen, genau. Schön gesagt, ja. Jetzt steht Matthäus, glaube ich. Matthäus, ich kann echt nicht sprechen. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Auch mental ganz stark. Kann hier auf C3 schlagen. Dann überlegen, ob er wieder versucht, eine Springergabel anzubringen mit Springer E3. Und er schlägt den Sprenger und ihn sollte zurückschlagen. Der Sprenger nach E3. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Jetzt wird es nur komplizierter. Er versucht wieder seinen Sprengergabeltrick. Er greift gleichzeitig die Dame und den Turm an. Es gibt auch ein paar aggressive Möglichkeiten, wie man sich dagegen wehren kann. Eine wäre, mit der Dame hier rauszugehen, diesen Bauern anzugreifen. Und das wäre ein gemeiner Angriff. Denn wenn die Dame hier landen würde auf H7, unterstützt von diesem Läufer, wäre es tatsächlich Schachmatt. Dame H5, eine interessante Gelegenheit für Florentin. Noch professioneller, aber das wäre, glaube ich, too much, wäre, mit dem Läufer auf H7 sofort zu schlagen. König schlicht H7. Damit D3, Schach. Greift gleichzeitig den Springer an und den König. Und gewinnt im Zuge dieser Operation ein Bauern. Nur beides nicht so leicht. Also hier muss Florentin jetzt schon ... Ja, das Problem in der Situation ist, du wirst bedroht gerade. Das heißt, dein Blick als Anfänger konzentriert sich jetzt da unten auf die Dame und den Turm. Du hast gar nicht den Kopf da oben in der Situation, weil du denkst, verdammt, wie komm ich da raus? Und ich glaub, das ist eben diese Schwierigkeit, in dem Moment zu sagen, okay, ich werde angegriffen. Aber manchmal ist die beste Verteidigung tatsächlich ein sehr offensiver Gegenangriff. Also quasi die Gefahr, der man selber ausgesetzt ist, noch höher dem anderen zurückzuspielen. Im Schach, glaub ich, auch echt ein Skill, wie du sagst, den man ein bisschen lernen muss, so das ganze Brett im Blick zu behalten. So, ich hab hier Probleme, aber ich könnte ihm da hinten in der anderen Ecke auch Probleme schaffen. Und man ist halt kurzfristig immer sehr fokussiert auf die Area, wo die Action ist. Und Florentin hat auch hier einen kleineren Zug gemacht. Dame nach D2. Aber damit erlaubt er Matteo halt, diesen Turm auf F1 zu schlagen. Springer ist ein bisschen weniger wert als ein Turm. Springer drei Punkte, Turm fünf Punkte. Das heißt, Matteo jetzt wieder in der Vorhand. Noch nicht völlig entscheidend, aber Schwarzscher ist besser. Aber da sehen wir auch wieder zum Beispiel Parallelen zu so Echtzeitstrategiespielen, wenn man jetzt Warcraft oder Starcraft nimmt und sich vorstellt, eine Armee kommt in die eigene Basis und du hast die Möglichkeit, jetzt dort in der Armee deine Basis zu verteidigen. Oder aber du nimmst deine Armee und nutzt diesen Moment und greifst die andere Basis an. Und wenn dein Angriff in dem Moment gefährlicher ist, sorgt das vielleicht dafür, dass er wieder aus deiner Basis sozusagen abrückt. Also das sind so diese leichten Strategieparallelen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich versteh genau, was du meinst. Ich hab mal einen so einen Bauern heimlich losgeschickt. Der hat mich da hinten so ein bisschen für der Hacke. Immer ein bisschen für Stress sorgen. Matteo sorgt auch weiter für Stress. Spielt echt gut, muss man sagen. Bauer nach D6 öffnet jetzt hier seiner Dame potenziell den Weg. Und da sieht man schon, der große Schachboom von vor zwei Wochen, den er erwähnt hat, hat da einiges mitgenommen. Was ist das da im Hintergrund? Auf der Fensterbank? Das ist eine Cyberpunk-Figur. Cyberpunk. Das ist eines der meist erwarteten Spiele. Das letzte, vielleicht letzte große Spiel für die Playstation 4, das dieses Jahr noch rauskommt. Vor kurzem gelernt, was Cyberpunk ist. Das ist eine futuristische Zukunft, wo es viel Technik gibt, aber auch viel Schrott. Ja, nur ein bisschen, genau. Darum geht's dann auch in dem Spiel. Kennst du Witcher? Die Witcher-Reihe? Ich hab die erste Folge geguckt, hab mich nicht angefickt. Nee, das basiert ja auch auf einem Computerspiel. Ja. Also in dem Fall Cyberpunk ist von den gleichen Leuten. Ja. Laufenayifun greift die schwarze Dame an. Die müsste weg, aber das wär der, glaub ich, sehen. Könnte zum Beispiel hier ein Schachgebot geben von B6 aus, den König attackieren. Würdest du sagen, oder kann man das nicht so sagen, immer Schach machen, wenn's geht, weil's immer erst mal den Gegner in Zugzwang bringt? Ja, grundsätzlich ist's, glaub ich, nicht so falsch. Es gibt so in elitären Schachkreisen so ein bisschen den Satz, Patzer sieht Schach, Patzer gibt Schach. Was heißen soll, dass Anfänger dazu neigen, zu früh Schach zu geben, weil's einen halt anfängt. So, ich greif den König an, aber häufig bringt es dir halt nix. Sondern es ist nur ein Schachgebot. Der König verteidigt sich und du hast nix erreicht. Aber ich kenn das, als Kind grade ist es so, man freut sich, wenn ich mit meinem Vater Schach gespielt hab und dann in Schach gesetzt hab. Das war immer so für eine Sekunde ein Moment des Stolzes. Schach. Das war so, haha, na, und was machst du jetzt? Ähm, aber meistens war das dann mittelfristig nicht von Erfolg gekrönt. Nö, nö, die Verlockung ist natürlich groß, aber du hast halt nix davon, der Gegner hat. Muss es eh bedienen. Also hier, Dame B6, völlig vernünftiger Zug, macht er ja auch, gibt das Schach, weil die Dame eh sich dem Angriff entziehen musste und warum nicht dann hier? Ich kriege mir ein bisschen Nerven. Aber pauschal kann man, glaube ich, nicht sagen, dass Schachbieten immer eine gute Idee ist. Wer gefragt hat, ob der Läufer oder der Sprenger besser ist, streiten sich die Gelehrten. Beide ungefähr gleich viel wert. Ich tendiere leicht zum Läufer, aber es ist sehr ne, es kommt drauf an, Situation. Oh, Florentin. Jetzt auch schon wieder Stab da, ne, die fünf Phasen. Nur mal angenommen, er würde einen Damentausch anbieten. Würdest du dich dann darauf einlassen, an Matthäus' Stelle? Weil er ist ja deutlich im Vorteil, wenn dann beide keine Dame mehr haben. Also wenn er jetzt, wenn Florentin jetzt mit der Dame auf F2 zieht? Grundsätzlich, wenn du weniger Material hast, also in diesem Falle, Florentin hat ja einen Läufer gegen Turm, womit er im Hintertreffen ist, dann willst du eigentlich möglichst viele Sachen auf dem Brett behalten. Einfach, um deine praktischen Chancen höher zu halten. Also ich würde hier mit dem König weggehen, weil wenn die Damen noch da sind, dann gibt es einfach größere Chancen, dass der Gegner noch was falsch macht. Je mehr er sich abtauscht, also hier den Damentausch zum Beispiel, desto leichter wäre das für die Seite, die halt mehr Material hat. Aber er hat's, glaub ich, jetzt tatsächlich gemacht, ne? Nee, das war nur mein. Sorry, sorry, sorry. Er hat den Turm dazwischen gezogen. Dann ist okay, pariert das Schach. Das ist halt das Problem. Er fesselt sich damit im Prinzip selber, was gut hier hat andere Vorlieben, aber die meisten finden das nicht gut, sich selber zu fesseln, weil du jetzt nicht mehr so mobil bist danach, ne? Also du kannst dich halt nicht mehr bewegen. Dann hätte ich eher den König aus dem Weg gezogen, um den Turm noch frei zur Verfügung zu haben. Wenn die schwarzen Türme jetzt ja noch mobil sind, er kann jetzt hier einen schwarzen Turm in die Mitte stellen, tut er auch. Aber ich muss sagen, Matteo, bei allem Respekt an den Jahren, die ich hier bisher gesehen hab, bislang der stärkste Schachspieler. Favorit. Absolut vernünftige Entscheidungen die ganze Zeit. Ist vielleicht gar nicht schlecht für dich, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, dass du erst im Finale auf Matteo treffen kannst. Oder wie siehst du das? Ja, ich hab auch jetzt auf jeden Fall Respekt. Ich wollte eigentlich locker an diese Sache rangehen. Ich hatte mich gestern nach der Partie schon so ein bisschen in Sicherheit gewogen. Aber nachdem ich jetzt hier Matteo spiele, werde ich doch überlegen, ob ich nicht auch mal ein oder zwei Partien im Vorfeld noch mal spiele, um reinzukommen. Aber ich seh da durchaus gute Chancen, für Matteo das Ding zu gehen, weil ich auch keine Erfahrung hab mit diesem Zeitlimit. Und wie schon gesagt, meine größte Schwäche ist manchmal so Flüchtigkeitsfehler, Konzentrationsschwächen. Und das könnte durch diese, wenn ich nicht zehn Minuten alle Eventualitäten eines Feldes sozusagen überprüfen kann, dann könnte das wirklich ein Vorteil sein, weil ich auch sehe, wie schnell Matteo hier zieht. Ja, also er hat ja auch schon in der Partie davor, er hat ja mit zehn Minuten plus sogar noch die Partie beendet. Ich bin mal gespannt. Und auch da sieht man ein bisschen die extra Erfahrung, die er hat, dass er halt nicht so lange braucht, um sich zu orientieren auf dem Brett, dadurch Druck auf der Uhr macht. Er hat hier noch fünfeinhalb Minuten, Florentin noch drei. Und alle Stromberg weiß, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Also das ist schon hier eine beeindruckende Vorstellung. Aber der Chat hat natürlich recht. Es ist natürlich ein bisschen vermessen, so zu tun, als ob die Partie gegen Antje eh schon gewonnen ist. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Nur wenn ich jetzt, Antje habe ich halt noch nicht spielen sehen, da kann ich natürlich so nichts zu sagen. Ich kann jetzt nur mir vorstellen, wie es gegen Matteo oder dann eben Tini wäre. Es könnte nochmal spannend werden. Florentin hat hier den F-Bauer mobilisiert. Matteo spielt Turm in die Mitte, greift diesen Läufer an. Überlege, ob Florentin jetzt einen Verzweiflungsangriff starten könnte, den Läufer hier opfern, um den schwarzen König. Ja, aber warum denn nicht? Das wäre das erste Mal, dass er auch wirklich Druck auf Matteo ausgeübt. Matteo gefällt sich in der Rolle, hier immer das Spielgeschehen sozusagen zu bestimmen. Wir haben ihn auch nicht gesehen, wenn er mal in die Defensive gedrückt wird, also auch mal gezwungen wird, vielleicht Fehler zu machen, weil Druck auf ihn ausgeübt wird. Wäre eigentlich mal eine gute Variante jetzt auch hier. Scheißenspieler Bauer vor nach F6, auch mit aggressiven Absichten. Aber er hat das Problem, dass er diesen Läufer auf E5 vernachlässigt, der jetzt vom Turm geschlagen werden könnte. Und wenn Matteo den wegnimmt, dann wäre schon ein Turm in der Vorhand. Und ich glaube nicht, dass der weiße Angriff reicht, um diesen Minusturm zu kompensieren. Ja, zumal, selbst wenn er diesen Bauer jetzt nimmt, viel gewonnen hat er dadurch nicht. Trotzdem, Matteo muss aufpassen. So eine normale Reaktion wäre auch zum Beispiel, den eigenen Bauern einen vorzuziehen. Und dann hätten wir einen en passant? Nee, das würde nicht gehen. Aber das gilt nur, wenn die zwei vorziehen, der Bauer daneben steht. Aber die Dame könnte sich dann dem König annähern und hier versuchen, matt zu setzen. Aber Matteo macht halt keine Fehler. Er spielt Turmschlicht E5, Bauer schlicht G7. Und jetzt könnte er diesen Bauern schlagen oder seinen eigenen Turm einfach wegziehen. Er hätte damit einen extra Turm. Alles in der Hand. Was hättest du gemacht? Bauern erst mal weg? Er hätte auch Turm nach E8 gespielt. Wie gut spielt er denn? Alter, Lachs. Weil es auch häufig weise ist, sich hinter dem gegnerischen Bauern zu verstecken tatsächlich. Denn solange der weiße Bauer hier steht, ist zwar mein Feind, aber er verhindert auch, dass die anderen feindlichen Figuren dem König zu nahe kommen können und ihm Schach geben können. Also es ist schon sehr fortgeschritten, den Bauern hier nicht wegzunehmen, sondern Turm nach E8. Ruht auch hier eventuell mal ein Schach. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ein beeindruckendes Niveau von Herrn Matteo. Vielleicht muss Varion da doch noch hier einen seiner Charaktere einwechseln, um Matteo stoppen zu können. Ja. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt von Matteo. Ganz ehrlich. Läufer schlägt H7. Florentin mit Verzweiflungsangriff. Opfer den Läufer, um den König hier zu exponieren. Aber den kann man einfach weghauen. Er hat halt auch noch das Problem, dass sein Turm, was wir anfangs angesprochen hatten, noch gefesselt ist. Er kann also nicht den Turm jetzt nach F7 stellen, weil dann der König im Schach... Florian, du verwirrst mich so hart, ey. Gott. Ist Florentin eigentlich hier in den heiligen Rocket Beanshallen oder ist er zu Hause? Das sieht so aus, als ob er irgendwo im Studio hier sitzt, ehrlich gesagt. Bei ihm zu Hause, da müsste ein Wäschekorb irgendwo zu sehen sein. Sitzt er hier um die Ecke einfach und hat nicht Hallo gesagt. Ich glaub, er sitzt in der Gaming-Area, so wie ich das sehe. Aber ich glaub, er hat danach sowieso hier Sendung, also da kommt's glaub ich gleich hier rüber. Oder er bleibt in der Gaming, das weiß ich, kann die Regie gleich sagen. König schlicht H7, Bauer vor nach H4, Turm E1, Schach von Matteo, der mittlerweile ein Turmunterläufer mehr hat. Er muss noch vorsichtig sein, weil sein König halt ein bisschen offen steht hier. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr schwer wird für Florentin. Chat sagt, Jam will ein Autogramm. Absolut, ich bin hier Podcast-UFO-Fan. Seit Tag. Seit Tag 73 so ungefähr. Oh mein Gott. Damit die Sektschach. Warum jammert Matteo rum? Es ist immer ein Rätsel. Ich glaub, er ist einfach ein bisschen wehleidig. Drei Stunden Schlaf. Und dann ... Ich mein, er heißt ja Mental, als Nickname. Das sagt ja auch schon was aus, dass er halt offensichtlich nicht alle Latten am Zaun hat. Ach so, ich dachte, das heißt, dass er mental so tough ist und sich auch nicht ... Also im Britischen sagt man, are you mental? Ich kenn's auch noch von Ricky Gervais. Are you mental? Also, bist du nicht mehr ... Bist du irre? Wie stehst du zum Schaffen von Ricky Gervais? Afterlife, find's gut? Hab ich nun tatsächlich nicht geguckt. Schon so viel Gutes gehört. War aber immer auch ein bisschen gehemmt durch die ja auch durchaus traurige Konnotation. Also, dass das alles so ein bisschen in so einem tragik-komischen Setting spielt, hab ich mich noch nicht so richtig drangetraut. Aber ist auf jeden Fall offensichtlich. Kannst du empfehlen? Ist okay. Ich hab's nicht so gefeiert, wie jetzt viele andere, die gesagt haben, das Beste, was ich je gesehen hab. Also, ich fand's okay. Ich fand's auch so tomäßig, bisschen kompliziert. Aber gute Sache. Sonst das alte The Office feier ich natürlich sonst ... Extras gesehen? Ja, hab ich nicht so abgefragt. Sein Stand-up und sein Twitter feier ich nicht so. Das alte The Office ... Extras fand ich auch sehr, sehr gut. So, Florentin hat jetzt das Problem, dass er hier dem Damentausch zustimmen muss, wenn Matteo das dann möchte. Aber es wär eigentlich die pragmatische Entscheidung, die Damen wegzunehmen. Und dann würden wir mit einem Turm und Extraläufer verbleiben. Der Schwarze König wär sicher ohne Damen auf dem Brett. Das würde, glaub ich, schon die Entscheidung herbeiführen. Matteo überlegt vielleicht noch ... So, verloren grade. Was sagt er? Verloren grade? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihn so stört. Hochs und Hofmeer. Es erinnert wirklich so ein bisschen früher an die Streber in der Schule, die gesagt haben, ich hab überhaupt nicht gelernt. Oder nach der Mathe-Klausel rausgekommen sind und gesagt haben, oh, das war richtig schlimm. Und dann haben sie natürlich eine Eins geschrieben. Und du hattest immer ein gutes Gefühl, weil du gesagt hast, oh, ich hab Aufgabe drei und vier von sieben. Das muss doch eigentlich für die vier reichen, dann hat's aber nicht gereicht. Sprich für dich, ich war eine Maschine. Warst du wirklich? Ich hatte ... Ich will nicht angehen, aber ich hatte mal einen Rekord. Mündlich drei Punkte, schriftlich 15 Punkte in Mathe. Da war ich ein bisschen stolz. Ja, das ist oft so. Die schüchternen, introvertierten Mathe-Genies. Du bist wirklich Russell Crowe. Ja, oder die assigen Klassen-Clowns, die mal am Morgenpost lesen werden. So, Bau nach G3. Aber das stimmt, ich. Beautiful Mind hat mich auch sehr wiedererkann. Bau nach G3, er kann in einem Zug Schachmatz setzen. Ich sag's, wie es ist. Turm in die Ecke. Und bam. Da war das Bildwerk, das war so schockiert, dass es schon vorbei sein könnte. Aber sieht Matteo das? Ja. Er denkt nach, es muss natürlich nicht sein. Er steht zu überlegen, er kann doch einfach die Dame wegnehmen. Da ist auch nix los. Er hat ihn hier übrigens ... Ich weiß nicht, Fabian wäre bestimmt gleich böse. Aber ich muss einmal erzählen, er hat ihn hier ein bisschen geteast. Weil er hat den König gezogen. Und vielleicht dachte Florentin, jetzt kann ich auf F7 reinhauen. Aber er hat wieder dieses Fessel-Thema durchgespielt. Die Dame darf nämlich nicht weg, weil hier die schwarze Dame steht. Deshalb kam Bau nach G3, um die Dame zu befreien. Er hat aber den Nachteil, dass es tatsächlich Schachmatz in einem Zug erlaubt hat. Also, ja. Blau ist die Empfehlung von Jan. Ja, ja, ja. Der blaue Pfeil ist die Empfehlung von Jan. Mal gucken, wie sieht natürlich Matteo jetzt nicht? Matteo, nimm den blauen Pfeil. Nicht den roten Pfeil. Oh, fuck. Oh, ich war die ganze Zeit dran. Jetzt hat er noch eine Minute. Er kann in einem Zug Schachmatz setzen. Du hast noch eine Minute, vergiss die Zeit nicht. Naja, ich hab's grad gemerkt. Das war doch von Florentin auch reine Psychologie wieder, um ihn unter Druck zu setzen. Vergiss die Zeit nicht. Aber es wundert mich, dass er es nicht sieht. Weil er hat ja selber durch den Läufer da oben auf B7 sozusagen das Drohszenario, oder es ist wirklich durch Zufall entstanden. Und er ist sich gar nicht bewusst, wie gut er die Felder um den König schon in Beschlag genommen hat. Ich glaub, es ist ein bisschen durch Zufall, weil hier die Drohung ja noch nicht existiert. Er hat nicht drauf hingearbeitet. Hier ist das Feld ja noch kontrolliert. Es ist entstand durch den Bauern, ja, stimmt, durch den Läufer da oben, ja. Der Bauern den Weg freigegeben hat. Ich glaube, die Umstellung hat er so schnell nicht auf dem Zettel gehabt. Er spielt Bauer nach F6, was okay ist. Er hat erkannt, dass der hier bedroht ist und versucht ihn zu schützen. Versteh nur nicht, warum er, selbst wenn er das Matt nicht sieht, warum er nicht einfach die Damen vom Brett nimmt. Florentin tut ihm jetzt den Gefallen, aber dadurch, dass die Damen verschwinden, kann Schwarz eigentlich nichts mehr passieren, weil man jetzt den Materialvorteil so leicht ausspielen kann. Hier, er tauscht die Türme mit Toner E2. Das ist klassische Drops-Gelutsch die Situation. Also, wenn der Turm auch noch abgetauscht wird, worauf soll Weiß noch hoffen? Also, Matteo, leichter Wackler, das Schachmatt nicht gesehen, aber kein so großer Wackler, dass er Florentin jetzt eine richtige Chance gegeben hätte. Das ist beeindruckend, das ist beeindruckend. Wer soll danach kommen? Wer kann hier noch der White Knight sein? Der Matteo Konkurrenz bei diesem Turnier. Also, du hast natürlich jetzt viel Druck hier. Maxim, glaube ich, vielleicht auch noch so. Kann ich gar nicht einschätzen. Maxim, Sophia, da weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich hab auf Sophias Insta-Stories gesehen, dass sie auf jeden Fall trainiert. Mhm. Aber ich werd auf jeden Fall schön ins Bootcamp gehen und mir bei Chess24 so einen Privattrainer jetzt nehmen für die nächsten 48 Stunden. Sehr gut, sehr gut. Wenn teuer, aber das Geld natürlich. Ja, ich weiß, aber das ist gut angelegtes Geld. Außerdem schau ich mir hier Big Greek Tutorials an. Wie vernichtet man Matteo in sieben Zügen oder so was? Das ist ein bekannteres YouTube-Programm, wie vernichtet man Matteo in sieben Zügen. Aber erst mal, ich muss ja sowieso erst mal an Antje vorbei, ne? Das ist ja erst mal, ähm ... Antje, vielleicht unterschätzen wir sie auch, weil wir die Information gekriegt haben gestern, dass sie die Testpartie gegen Tobi Escher verloren hatte, ne? Aber muss vielleicht auch noch nichts heißen. Das muss nichts heißen, ja. In der Zwischenzeit haben wir hier die Agonie des Florentin Will. Er versucht alles mit seinem letzten Bauern, aber ... Hier wird's ja nichts zu holen geben. Der König stoppt ihn jetzt auch eiskalt auf seinem Weg zur Dame. Das ist Schach auf allerhöchstem Niveau hier gerade. Das ist, ja, das ist heftig, was wir hier abliefern, ja. Kriegt man auch was, wenn man mit dem König ganz oben ist? Nee, ne? Ich probier's mal. Ich glaube nicht. Florentin hat jetzt auch das Problem, wenn dieser Bauer fällt, der könnte ja geschlagen werden vom Weißen König, kann er gar nicht mehr gewinnen. Er hat nichts mehr, mit der man matt setzen kann. Das heißt, seine einzige Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung mehr. Aha. Guck mal, er hat ihm jetzt sogar noch einen Läufer geklaut. Hab ich nicht aufgetast. Jetzt wird von hinten aufgeräumt. Scheiße. Wie setzt man den Schach mit diesen Figuren? Ich weiß das nicht. Matteo, bisher war er so dominant. Aber jetzt steht er vielleicht ein bisschen vor dem Problem, was gestern auch Barion hatte. Dass es gar nicht so leicht ist, diesen nackten König zu erlegen dann am Ende. Aber er hat ja jetzt nichts mehr. Da lerne ich das jetzt. Geh wieder darum, wie... Aber kann nicht jetzt wieder eine Put-Situation, eine Put-Situation entstehen? Ja, noch nicht. Noch hat der König ja viel Bewegungsfreiheit hier. Oh, falscher Fall. Regeln, wo man, wenn man einfach nicht zu wenig macht, dann verliert oder so? Da kenne ich die Regeln auch nicht genau. So Remi oder so, wann das eintritt, aber... Also noch tritt hier kein Remi ein. Es gäbe eigentlich nur die Hoffnung auf, hat, dass der König kein Feld mehr hat, auf, dass er gehen kann, aber nicht im Schach steht. Das passiert manchmal. Auch noch zweite Dame. Ich bin schlecht, um das so irgendwie weiterzumachen. Es gibt keinen Langzeitplan. So, jetzt hat der Weiße König nur noch ein Feld. Jetzt müssen wir langsam drauf achten. Okay, fuck. Jetzt wird's ernst, glaub ich. Kann man sich auch einen Springer machen, wenn man Bauern... Warum kriegst du denn immer mehr Zeit? Ich dachte, ich kann auf Zeit spielen. Hat das schon mal jemand gemacht? Ja, hier passiert es hin und wieder relativ selten. Was kann zum Beispiel sein, dass du mit dem Springer einen Schach gibst, wenn du den Bauern umwandelst und du gerade dieses Tempo brauchst. Kann ich mir genau erklären, wie man jetzt mit zwei Damen Schachmatt stellt? Das ist jetzt vorbei. Ich glaub, es ist vorbei, wirklich. Du kannst nur noch nach unten und dann zieh ich runter in das Schachmatt. Das Reißverschlussprinzip ist das Reißverschlussprinzip, ich weiß nicht. Aber du nimmst dem König immer die Linien. Hier kann er schon nicht hoch, weil diese Dame, die kontrolliert. Die andere Dame kontrolliert jetzt die siebte Reihe. Und jetzt müssen wir diese Dame auf die achte Reihe und Schachmatt. Ja, ey, das war eigentlich am Ende eine Katastrophe von mir, sorry. Aber ich weiß nicht, wie man... Alles gut, kein Problem. Ich weiß nicht, wie man ein Spiel schnell beendet. Aber danke dir fürs Spielen, war sehr gut. Ja, gerne, hat echt Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Da waren Momente dabei, aber... Was war denn das? Also zum einen natürlich, es gab schon diverse Situationen, Matteo, wo du hättest Schachmatt stellen können, ungefähr vor zehn Minuten. Aber so nach hinten raus, ich will nicht sagen, noch mal spannend gemacht, aber unnötig in die Länge gezogen. Also das war... Also ich hab vorhin nicht übertrieben, als ich sagte, das erste Spiel lief viel glatter, als ich's gewohnt bin. Und ich hab dann einfach... Irgendwann weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen muss. So hab man am Ende, glaub ich, gemerkt. Und mittendrin seh ich auch viele Situationen nicht. Aber ich bin zufrieden. Ich muss sagen, ich seh das anders als Etienne. Ich fand, das war eine sehr dominante Vorstellung von Matteo und wirklich ziemlich hohes Schachniveau. Also ich kann nur loben. Das war stark gespielt und gibt sich auch wenig Blößen, so Chancen zu geben, jetzt mal eine Figur stehen zu lassen und so weiter und so fort. Es gab einen Schlüsselmoment, den wir hier grad auf dem Brett haben, wo dieser Sprenger nach E3 kam, wieder die Sprengergabel, greift Dame und Turm an. Florentin hat Dame nach D2 gemacht, die Dame gerettet, aber danach steht Schwarz einfach besser, weil er sich den Turm jetzt schnappen könnte. Hier hätte Weiß aggressiver spielen müssen. Entweder mit der Dame raus, Schachmatt drohen auf H7, eher mit Hilfe des Läufers. Ist da eine Möglichkeit gewesen. Ja, das hat dann ewig gedauert. Da stand mir dann auch der Bauer immer im Weg. Ich weiß nicht, ob ihr da ähnlich das gesehen habt wie ich, aber bei mir hat immer dieser Bauer genervt. Dann hab ich ihn hochgetan, hab ich gemerkt, oh shit, dann blockt er den Läufer, das war ganz dumm. Aber ja, diese Springergabel wird mir wahrscheinlich noch einige Spiele kosten. Ist gemein. Ja, aber man muss wirklich sagen, also Matteo, du hast wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ein bisschen eine kleine Diskrepanz zwischen dem, was du am Anfang angekündigt hast und was du dann auf dem Schachbrett gezeigt hast. Das war wirklich sehr souverän, sehr dominant. Florentin, ich muss sagen, also Jan war vor dieser Partie Fan von dir, jetzt ist er Fan von Bonjoa und Matteo. Das freut mich. Ich lass gelogen, ich bin als Florentin natürlich treu. Nicht als Schachspieler, aber als Gelehrter in unserer Zeit. Genau. Okay, also Florentin, du bist raus, hast du noch ein paar letzte Worte. Würdest du Schach dann noch weiter verfolgen oder war's das jetzt erst mal für dich? Ich denke, man hat da wenig Talent gesehen und es ist zu viel Stress, vor allem mit Zeit. Ich bin ja eher der Briefspieler, von daher da vielleicht noch mal über lange Zeit, aber dieses moderne, junge Blitzschach, dieses Sportschach, das widert mich an. Ja, verständlich. Okay, dann schauen wir jetzt noch mal ... Also Bayerische Landschachschule. Ja. Wir schauen noch mal auf den Turnierbaum jetzt, was sich da getan hat. Wir sehen zwei Spieler schon im Halbfinale, Varyon und Matteo. Zwei Partien sind noch ausstehend. Am 10.8. Maxim gegen Sophia und am 11.8. Antje gegen mich. Und dann schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber ich denke, wir haben einen Favoriten momentan. Also Rocket Beans ist schon fast komplett raus eigentlich, oder? Ja, natürlich. Wir haben auf jeden Fall einen Favoriten. Ja, jetzt besser. Matteo, toll gespielt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Du kannst jetzt noch mal ein Mittagsschläfchen machen. Tini, du bist eh gleich on, ne? Stell dir vor, wie Matteo spielen würde, wenn er acht Stunden schläft. Ich will's mir gar nicht ausmalen. Ja, vielleicht nächstes Match dann irgendwie abends oder so. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Ja, vielen Dank, dass ich mitspielen durfte. Ich freu mich sehr auf die nächste Partie. Ja. Tini, was gibt's jetzt? Magic. Sehr gut. Bis gleich. Bis gleich. Das war's dann. Wie Schach nur mit Karten, oder wie funktioniert das? Ich hab keine Ahnung, was Magic ist. Ich hab schon ein paar Mal zugegeben, ich versteh nichts. Kennen Sie den Unterschied nicht zwischen Hearthstone, Magic, wie's alles heißt? Karten, Kartenspiel. Ich kenn noch Hubraum 5000 Stich oder so was, also Quartett. Aber was die da machen, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ihr könnt's euch jetzt angucken. Und wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank, Jan. Wir sehen uns dann wieder am 10.8. bei der Partie Max gegen Sophia. Montag, ne? Jetzt ist Wochenende. Ist das jetzt der 10.8.? Montag sind wir wieder am Start. Montag ist es. Ich weiß nicht, was für ... Ist es Montag? Ja. Ja, kommt hin. Genau. Und vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Mitmachen, fürs Erklären. Das war's mit Zugzwang für heute. Schönes Wochenende, macht's gut. Tschüss.